ARD Text im Auftrag von Funk Bis gleich, äh, Fiesta Glaub ich mach da lieber die Taschenlampe an, wenn ich von den Schatten weg sein soll The ladder have partly failed away Carlo soll's wahrscheinlich heißen, oder? Sehr gut Danke fürs Testen There is a peeking hole behind the painting Können wir's wieder zudecken? Wenn ich, dass da jemand zuschaut At least I can survive three more days eating plants Warum zoomt das so sehr ran? Keep buzzing Ich geh mal die erst in die andere Tür ran Okay Okay Ist verschlossen Dann eben doch nicht Wie gesagt, Mareike, ich will ungern Sachen versprechen, die ich am Ende nicht einhalten kann Um The titles have Disappeared beneath layers of dust Das ist noch eine Pflanze Also eine Kerze würde ich auch nehmen Brauch ich nicht die Taschenlampe nehmen Und ich hab mir nur verfeuert, um mich zu wärmen Okay Du bist weiterhin da Wir können die Treppen hoch gehen, nehme ich an Was ist los? Wir scheinen jetzt in der Halle zu sein Und äh Ich geh zunächst einmal da in die In den Keller wahrscheinlich Was auch immer diese Tür hier macht Oh, ich hab ein Schloss Das kann ich nicht mitnehmen In Ordnung, geht's weiter Match the correct combination Press E to exit Alles klar Wir müssen also eine Kombination finden Vorher können wir die Truhe nicht aufmachen Das heißt, wir haben ein bisschen was zu tun Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen oben um, nicht wahr? Oder auch nicht Ich dachte, ich könnte da vielleicht hoch gehen Oder soll hier in den Bildern was versteckt sein? Oder soll hier in den Bildern was versteckt sein? Nee, also ich sehe keine Zahlen Da aktuell Man kann das alles in irgendeiner Weise ein Muster machen Nee, die Treppe hoch gehen kann ich nicht Ich hab auch bisher Keine Zahlen gesehen Wenn ich mich richtig erinnere Wenn ich mich richtig erinnere Gucken nochmal hier drinnen nach Wenn ich noch nichts übersehe Weil ich meine, raten will ich jetzt die Zahlenkombination nicht Das sind zu viele Kombinationsmöglichkeiten Bei fünf Stellen Da oben Da oben ist es nur ein bisschen Wand Straschu Was ist los? Vielen, 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 vielen Dank Für 30 Euro Bist du denn wahnsinnig? Vielen Dank Vielen Dank Straschu Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sonst sagen soll Ich bin jetzt ein bisschen Perplex Vielleicht ist hier doch irgendwas Na, du sagst, dass es nichts interessantes Irgendwas interessantes Muss hier doch sein Kann ich dich aufmachen? Nein Ich habe auch nichts im Inventar Mit dem ich arbeiten kann Die ist immer noch zu Vielleicht sind auch gar keine Zahlenkombinationen Sondern es ist ein Name Dann könnte ich das Carlo versuchen Versuche ich es mit Carlo Ich habe natürlich nicht mal geguckt Ob es um Zahlen oder Buchstaben geht Das wäre auch zu einfach So Was bist du? Ne, das sind Zahlen Jetzt klappt es auch bei Cioncari Um auf dem Discord zu join Sehr gut Ich kann auch nichts daran machen Ich bin jetzt, äh Irritiert Ah, okay Mit Leertaste Alles klar Also es geht um Zahlen Das heißt, Carlo ist nicht die Lösung Ja, das wäre aber nicht notwendig Das sage ich jedes Mal Kann ich vielleicht dann hier doch irgendwie hoch? Scheint nicht Ja, auf jeden Fall bist du auf dem Discord gejoint Das habe ich gesehen Ärgerlich So Wo finden wir hier denn wohl? Zahlen I'd rather read a mystery novel Baron Haben wir hier irgendwas? Telefon Ah Vielleicht ist es 1503 91 Zu lang 15.03 91 Eventuell Also 15.03 91 Du glaubst der Code ist 12345 Es könnte sein Das wäre durchaus möglich Aber hier ist auch sonst nichts Aber hier ist auch sonst nichts Also ich Oder 21 7.89 Also 21 7.89 Oder 15.03 91 Ich glaube ich sollte mir das aufschreiben Das vergesse ich bis ich da hin gelaufen bin Das vergesse ich bis ich da hin gelaufen bin Erinnerungen und so ist nämlich nicht gerade einfach Es ist sowas zu merken So Dann schreiben wir uns das ganz kurz auf Entweder 21 7.89 Oder das andere So Vielen Dank Strashu Ich wünsche dir ebenfalls einen wunderschönen Abend Und hoffentlich bis zum nächsten Mal So jetzt haben wir zwei Daten die wir vielleicht nutzen können Sobald nachher das Spiel zu Ende ist werde ich dich dann da auch einstellen dass du sprechen kannst Falls das aktuell nicht geht Okay Muss ich halt langsamer machen So Nicht zu viel rennen Das ist gefährlich Man hat es gesehen Dann kann er nicht mehr Dann bricht er zusammen unser armer Ich glaube James hieße oder? Ich weiß es nicht mehr genau So aber hier können wir rennen genug Stamina für diesen Weg haben wir In Ordnung So 21 7 89 Ist richtig There is a key with a tag inside It reads Backyard Hast du den jetzt auch genommen? Ja hat es genommen Alles klar Not useful Ja noch nicht Wird aber bald kommen Nein Ich wollte nicht nochmal reingehen Wollte schon draußen bleiben Dann gehen wir jetzt mal durch die andere Tür Was soll das? Okay Geräusche ist weg Nett Wir wurden mehr oder weniger Karzeuger eines Mordes Und 100% Muss ich da rein oder? Oh Gott Am I hallucinating? Ich weiß es nicht Anscheinend geht es nicht öffnen Hm Nimm ich eine andere Tür Du denkst Selbstmord Das könnte es auch sein Mareike Ist gut möglich Okay Baron Da waren wir schon drinnen Müssen wir mal gucken Ich finde die Musik auch schön Hier konnte ich sowieso rein Ja Das war der verrostete Ding Jetzt haben wir hier die andere Tür Die noch voller Glibber ist Oder was auch immer das sein mag Und wird noch eine andere Verschlossene Tür Die ich mir dann mal anschaue Ja ich wollte gerade aufhören zu rennen Dann habe ich es gemerkt War es zu spät Weißt du bist nicht der fitteste Mein kleiner James Äh Selbstmord anscheinend So This door is locked Aber gut dass ich hier einen Schlüssel habe Not useful War es doch die andere Tür an der ich schon standen habe Oder es ist diese Tür Nein Door ist unlocked War ich hier schon drinnen? Ne ich habe es aufgemacht Sehr gut Jetzt sind wir draußen Und dann A Green Garden House Nur einmal bang Bamchick Sehr schön Natürlich so eine alte Richtig schön Verrostete Schaukel Und noch ein bisschen Blut dran Schneemann Hast du nicht eben noch einen Hut auf? It gives me creepy vibes Nachvollziehbar Oh Ich sehe dich Ich sehe dich Aber ich habe keinen Schlüssel wahrscheinlich oder? Ne natürlich nicht Ich habe dich gesehen Jetzt brauche ich wieder einen anderen Schlüssel Who built this? Alles klar Also da draußen ist jemand gelaufen I didn't want to go back Green Garden House Not very useful this time of the year Ich habe keinen anderen Schlüssel Wahrscheinlich ist im Schneemann dann der Schlüssel versteckt oder so Du sahst eben noch anders aus Aber vielen Dank dass du deinen Kopf da weggegeben hast und so Jetzt beginnen wir ja auch noch Landfriedensbruch E to enter the woods Na super jetzt geht es in den Wald Im Wald ist noch nie was Schlechtes passiert Hier auch wieder Blutram Da folgen immer diese Personen die wir gesehen haben Immer der Blutspur folgen Ich komme mir vor wie ein Bluthund Willkommen zurück Fister Hängt ganz schön rum Ich weiß es nicht Ich würde ihn ja mitnehmen Aber anscheinend interessiert sich das gar nicht Ich kann hier nichts machen Gehen wir weiter Ignorieren das erstmal Ja Poor cat It's been brutally ripped open Naja irgendjemand wollte da wohl Mit der Katze spielen Das ist auch schön hier Hat schon so ein bisschen so Galgen Vom Aussehen her So ein Galgenfeeling Aber gut Und ein Friedhof Er hat keinen Friedhof hinten im Garten Kämmt man doch Das Grave looks like it has been dug up recently Gut, vielleicht kam jemand raus Da kommt was Da kommt was Ich habe meine Taschenlampe wieder Ich habe keine Taschenlampe mehr Ae to enter the Grave Ja natürlich Lass uns doch mal runter ins Grab steigen Warum auch nicht Kann ja nicht Schlechtes passieren Oh, sieht aber nicht gut aus von der Haltung des Rückens her Sieht nicht gesund aus mein lieber Freund Wer war das wohl? Was mache ich denn mit Absicht beim Chick? Was habe ich wieder angestellt? Ich meine, vieles wahrscheinlich, aber... Da kann ich es wieder verlassen. Ich will lieber hier rein. Ich finde es schön, dass das Ganze zensiert wurde. So hinterm Baum. Alles klar. Ich kann das Grab wieder verlassen. Muss dann halt nur rennen. Oder die Taschenlampe Richtung dieses Hundes. Was auch immer das sein mag. Damit es merkt, hier hallo, so sieht es aus. Ja, Hauptsache ich habe ihm geschmeckt. Das ist das Wichtigste. Das ist dieser Hundekreatur, was auch immer das sein mag, geschmeckt hat. Weil vielleicht hat sie dann keinen Hunger mehr. Lässt mich jetzt in Ruhe. Aber jetzt weiß ich, ich muss direkt nach links abhauen. Okay, kann ich nicht machen. Es ist ein Hase, oder? Vor allem hat er mich schon wieder erwischt. Diesmal auch unzensiert. Ich wollte euch nur die unzensierte Version zeigen. Mehr wollte ich nicht. Ach, das ist eine andere Stelle am Grab. Okay, dann muss ich doch da unten doch mal hin und her gehen. So, jetzt klappen wir hier nochmal ein bisschen hin und her. Bis wir wieder zum nächsten Ausgang kommen. Und dann rennen wir einfach durch. Ich dachte, weil Alan uns gesagt hat, von wegen, so sieht es aus hier, bleibt vom Schatten fern, habe ich extra die Lampe auf ihn gerichtet. Das war aber keine gute Idee. Okay, also ich muss jetzt auf jeden Fall wegrennen. Fühlt nur, dass wir wenig Stamina haben auf Dauer. Das heißt, ich muss da dann das Timing haben. Wann gebe ich Gas und wann weniger. Ich konnte nichts dafür, Bemchik. Sie lag halt da. Ich war unschuldig. Wie immer. So. Ich gebe auch hier kein Stamina. Also ich kann einfach durchrennen, anscheinend. Und jetzt stolper. Natürlich stolper ich auch noch. So ein Horrorfilm-Klischee. Hättest du mal vorher nicht zwei Krilands gegessen, dann wärst du da nicht runtergefallen, mein Freund. Ich warte jetzt nur drauf, dass er gleich auf der anderen Seite auf einmal so eine Hand durch den Boden kommt. Ja, Knoblauch-Soso finde ich super. Oh. Hallo. Hallo. In Ordnung. Vielleicht müssen wir da unten unter Wasser. Das ist natürlich wahr, Bemchik. Du hast es wieder mal erkannt. Du bist einfach viel zu klug. Aber da wir hier unter einer Eisschicht sind, oder die unter einer Eisschicht ist, würde ich jetzt eher nicht hingehen wollen. Weil ich glaube nicht, dass mein Kollege so lange die Luft anhalten kann. Vor allem, es ist sehr kalt. Ja, ich würde sagen, wir fahren ein bisschen Bötchen her. Frage ist nur, wie. Ich habe jetzt eine Waffe. Das heißt, wenn das Viech kommt, kann ich zuhauen. Weil ich glaube nicht, dass ich da in das Boot rein konnte. Ah, da kommt. Okay, ein Zombie. Ich habe schon aufs Bett gesehen. Du auch? Offensichtlich nicht. Ich habe eigentlich schon zugeschlagen. Anscheinend nicht getroffen. Ich habe noch nicht meinen... Toll. Ich habe meinen Paddel nicht mehr. Wo ich zurückgehe, muss ich mir erst meinen Paddel holen. Okay. Vielleicht muss ich die auch mehrfach treffen. Da hat Bamchik seinen Spaß dran. Das hätte ich mir fast denken können. Ich will euch auch die verschiedenen Arten zu sterben zeigen. Also von so einem Hasen, Viech gefressen zu werden. Und von einem Zombie. Das ist eine gute Frage, Zebra. Ich bin gespannt drauf. So. Und ich nehme mich mal mit. Und jetzt gehen wir zurück. Vielleicht kann ich auch den Zombie nutzen, um da hinten aufs Boot zu kommen. Weil ich eine Arbeitskraft habe. Für mich. Vielleicht kommst du. Ich weiß es ganz genau. Wer kommt? Zombie, ich warte auf dich. Da bist du ja. Ich laufe mal so. Kommst du? Ah, du kommst mit. Ich versuche dir mal ein paar ins Gesicht zu geben. Oder auch nicht. Ich habe gedrückt. Ich habe wirklich gedrückt. Anscheinend nicht schnell genug. Ist eine echt fiese Reichweite, die dieser Zombie hat. Ja, ich muss mir immer Feinde machen beim Chicks. Sonst ist es langweilig. Egal auf welche Art und Weise. Ich finde immer einen Weg. Und deswegen habe ich mir jetzt diesen ausgewählt. Ich dachte, bekomme ich nur mein Spiel, in dem eine kleine Katze aufgerissen wird. Ich meine, man hat es nicht gesehen. Man sah nur die Überreste. Das kann sein, Zebra. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich vor dem auch wegrennen. Dass der wieder reinfällt, wie der andere Kollege. Ja, die darf, was ich auch mal nehmen. Oh, Eike. Der Bamchee darf ruhig seine Tage haben. So, Zombie. Jetzt laufe ich vor dir weg. Dann kommt, wenn du da wieder einbrichst oder irgendwas anderes passiert. Wenn ich dich doch bekämpfen muss, dann muss ich das besser teilen. Ich glaube, jetzt habe ich nur einen mitgegeben. Ich gehe mal. Kommst du? Das ist ganz schön langsam, kann das sein. Ach, da kommst du ja. Bis gleich, Mareike. Ich habe auch noch Eis da. Selbst gemachtes. Guck mal, vielleicht hat sie ja hier auch die Möglichkeit, eben mit dem Boot zu fahren oder so. Ich meine, eigentlich kann ich eh nicht fahren. Ist ja alles zugefroren, aber in Ordnung. Ich glaube, ich muss ein bisschen nach da gehen. Damit ich mehr sehe, oder? Sonst kommt der Zombie aus dem Nichts und frisst mich. Und als ich reagieren kann, dann muss ich wieder hingehen. Oh, hallo. So. Ach so. Das hat gereicht. Stomp. Oh, jetzt bin ich ganz schön fies. Muss ich sagen. Und der Sound ist auch fies. Thank you for playing the game. You provide us with your available feedback. Das war Alan, the game, der Teaser. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was hier noch alles dazu kommt. Erster Eindruck hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall dann drauf, wenn es rauskommt. Ich hoffe, ihr hattet da auch Interesse dran. Ja, finde ich auch zu Junkheim. Also der Teaser war ganz und gar nicht schlecht. Ich mag ja den Artstyle sowieso. Dieses Pixelart, das macht immer Spaß. Horror ist auch gut. Da waren jetzt bisher keine wirklichen Jumpscares dabei, finde ich. Aber vielleicht kommt das ja dann noch. Aber es war gut. Ich fand's lustig.